Freunde, heute haben wir für euch eine möblierte Drei-Zimmer-Wohnung hier im Stadtteil Mammutla. Die Wohnung ist zum Mieten. Der Mietpreis beträgt 1700 türkische Lira am Monat. Hinzu kommen noch 70 Lira für die EIDAT. Das sind die Nebenkosten. Da ist ein Parkplatz enthalten, der Swimmingpool ist da mit enthalten, Fahrstuhl ist mit enthalten und auch ein Generator, falls mal der Strom nicht funktionieren sollte. Die Wohnung schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, dann gehen wir jetzt einmal in die Wohnung rein. Dann ist hier der Eingangsbereich. Hier haben wir einen Sessel, haben wir hier einen Spiegel, eine wunderschöne Garderobe, eine Videosprechanlage, die auch funktionieren tut, eine Sicherheitstür. Dann haben wir hier auch im Eingangsbereich schöne LED-Spots, eine Steinwand, dann gehen wir einmal in die Küche rein. Hier haben wir eine schöne kühlige Fliegelkombination. Geschirrspüler, Waschbecken, Gasherd. Dann haben wir hier einen Balkon. Besonderheit bei dieser Wohnung ist, sie hat insgesamt drei Balkone. Hier haben wir einen schönen Ausblick, sehen auch das Meer. Hier in der Küche hat man auch die Möglichkeit direkt zu essen. Hier ist auch ein Tisch mit vier Stühlen drin. Dann gehen wir jetzt mal ins Wohnzimmer rein. Haben wir eine schöne große Wohngarnitur, eine große Wohnwand, Fernseher. Die Wohnung wird wie gesagt komplett möbliert übergeben. Die Möbel sind im Mietpreis enthalten. Das ist keine zusätzliche Ablöse fällig. Große Klimaanlage ist vorhanden. Im Winter kann die auch zum Heizen genutzt werden. Hier haben wir noch einen Sessel. Einen großen Tisch für bis zu sechs Personen. Vorhänge, alles mit vorhanden. Gehen wir hier auf den zweiten Balkon. Haben wir auch einen Tisch. Schönen Meerblick haben wir hier vom Balkon. Unten haben wir mit Parkplatz für die Anlage Poolen. Der wurde jetzt vor ein paar Tagen außer Betrieb genommen, weil jetzt langsam Winter anfängt. Wirklich einen schönen Ausblick hinten auch Richtung Berge. Hier wieder rein. Also wirklich ein schönes, großes, geschnittenes Wohnzimmer. Oben haben wir LED-Spots drin, die sich sogar dämmen lassen. Schöne Stockarbeiten. Dann haben wir hier ein Kinderzimmer mit einem Doppelstockbett. Klimaanlage. Rollo. Einen hochwertigen Einbauschrank der Marke Cilek. Schauen wir mal ein Schlafzimmer mit rein. Großes Doppelbett mit durchgehender Matratze. Auch hier klimatisiert. Vorhänge. Großer Kleiderschrank. Gehen wir jetzt auf den dritten Balkon der Wohnung. Auch von diesem Balkon aus wunderschöner Meerblick. Besonderheit ist hier, wir haben noch eine begehbare Dusche. Direkt vom Schlafzimmer aus zugänglich. Und dann gehen wir noch ins Hauptbadezimmer. Alles vorhanden, was man braucht. Waschmaschine. Waschbecken. Großspiegelanlage. Duschkabine. Warmwasserbereiter. Und natürlich das WC. Genau, das ist hier die Wohnung. Drei Zimmerwohnung. In Alanya Mamutla. Zum Mieten. 1700 türkische Lira. Inklusive aller Möbel. Keine Ablöse für fällig. Bezugsfrei ist diese Wohnung ab Anfang November. Und bei näheren Informationen gerne über die E-Mail oder die Telefonnummer in der Videobeschreibung. Vielen Dank und schönen Tag nach Deutschland.